Wir haben Pokémon Heiden Sieg gespielt und das im neuen Pokémon Karmazin und Popo DLC. Aber wir mussten uns als legendäre Pokémon verstecken. Aber das war es noch nicht. Es gibt noch eine Bestrafung. Und zwar muss derjenige, der zuallererst gefunden wird, demjenigen ein Shiny geben, der zuletzt gefunden wird. Und mit dabei war natürlich Luga, der Ehrenmann, Sion, der Allerechte und Kubitothain. Jeder von uns hat in der Terra-Kuppel sein eigenes Gebiet zugeteilt bekommen, in dem die Heiden Sieg-Runden stattgefunden haben. Mein Gebiet dabei war der Canyon. Schaut euch auf jeden Fall die ganzen Runden von den Jungs an. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich bin echt gespannt. Das ist krass. Ich glaube, ich kann hier fliegen, oder? Oh nein. Okay, dann ich mache mich auf den Weg, Jungs. Ich gehe hier nach rechts, glaube ich. Oh mein, der ist der Arsch langsam. Ja, ja. Ich hätte gedacht, mein Pokémon ist schneller, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt hier... Oh mein Gott! Oh, du bist tot, du bist tot, Digga. Nee, ich lebe noch. Hey, wo bist du? Er klettert, er klettert wie Spider-Man. Billig ist ja oft gut, haben wir gesagt. Das ist schlecht. Lucha, du hast eh nachher das beste Versteck wieder. Ja, komm. Wie lange haben wir noch, wie lange haben wir noch? Ihr habt noch... Zwei Minuten. Wir machen mal das. Shit. Oh nee, oh mein Gott. Oh, jetzt pennt der da. Wobei, das ist gut. Das ist schon echt schwer, mit dem Lege sich zu verstecken. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes. Okay, ich habe mich so an den Berg herangeklebt. Nein, boah, mein Gott, ich finde nichts. Es ist so scheiße. Egal, ich bleibe jetzt aber hier. Okay, ich bleibe auch. Habt ihr? Habt ihr? Okay, let's go, let's go. Oh nein. Oh nee, Digga. Oh, let's go. Alter, mein Versteck hier ist so scheiße. Ja, ich sage immer, das ist scheiße. Nachher habt ihr so ein krass overportes Versteck. Das ist okay, aber... Also, was soll ich sagen? Jungs, kommt, ihr lügt doch, ja, komm. Wie gedruckt doch. Oh, 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 warte mal, warte mal. Was denkst du, was wir so genommen haben? Also, Sion meinte bestimmt so, Sion meinte die Lieblingslegee. Und Sion, ich glaube, der mag Gen 4. Bestimmt so Giratina oder... Ich mag auch Gen 4. Guter Guest tatsächlich. Ich bin mit Gen 4 eingestiegen. Luga ist irgendwo unten am Wasser wahrscheinlich. Der ist runtergefallen. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich will auch eigentlich so ein bisschen moven, weil mein Versteck ist echt scheiße, aber ich habe Schiss, dass er genau dann kommt, wenn ich rausgehe. 1, 2, 3. Nein, nein, geh weg. Ihr seid bestimmt ganz weit weggegangen. War Jungs ganz weit. Ich habe schon eine Weltreise gemacht, doch. Buh, wir sind bestimmt in Kanto wieder oder so. Ah ja, klar, ne? In Kanto. Ich bin in dieser Zerrwelt von Giratina. Kubitos, einer, der hat bestimmt ein Yu genommen und versteckt sich bei einem pinken Terrakristall oder so. Schlimmer. Ein Schlimmer. Ach du Scheiße. Boah, das ist so krass. Wenn man wenigstens wüsste, wo er ist, dann könnte man so ein bisschen planen. Ja, ja. Also wenn einer ihn bietet, dann müssen wir zusammenhalten, Jungs. Okay, ich riskiere es jetzt einfach. Ich versuche jetzt einfach, da hinten hinzugehen und mich unter die Leute zu mischen, weil es macht ja gar keinen Sinn, mich unter Pokémon zu verstecken oder so. Ja, das ist gut. Besser wird es nicht. Besser wird es nicht. Habt ihr mich schon gesehen, oder? Nee, gar nicht. Ey Luga, okay? Bist du auch Wasser, Luga? Was? Bist du auf dem Wasser? Bist du kein Wasser? Ja, bei mir in der Nähe ist auch kein Wasser. Also Wasser kannst du ausschließen, glaube ich, bei mir. Ne, mir ist, glaube ich, ein kleiner Teich. Das ist ein guter Teich. Actually huge. Und ich sehe die Borde. Ich habe einen Tipp, aber ich glaube, das ist viel zu krass. Ja, meine auch. Wenn ich den bringe, den bringe ich so gegen Ende dann, wenn es echt nicht wird. Mal eine Stunde. Oh, mein Gott, warte kurz. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Ich habe gerade so einen Maulwurf gesehen. Das kann nicht sein, was gerade passiert ist. Was denn? Nein, nein, nein. Warte! Du bist wieder bei irgendeinem scheiß Busch oder so. Warte, Bruder, wenn ich Kubi finde, ist schon... Er ist um mich herumgegangen. Was? Ja, ja. Das ist crazy. Bruder, wie heißt das? Du hast einen Meter von mir entfernt. Was? Ein Meter. Locker. Okay, okay. Okay, das ist krass. Aber du hast schon einen Legi genommen, du bist nicht ein Starter, oder? Ja, ja, ja. Okay. Aber der Legi ist klein. Okay. Ich habe wirklich ein kleines Legi, das stimmt. Bruder, hä? Wo war ich denn? Scheiße, er sagt neben dem Teich. Also, also, was soll ich jetzt sagen? Du warst wieder einen Meter von mir entfernt. Hä, Bruder, wo ist denn der? Wehe, du bist in der Luft, oder? Du klebst auch am Berg. Eh, Bergkleber, ne? Nein, 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 das ist voll nicht so geil. Ey, das ist die Meta. Das ist die neue Meta. Kubito, hör auf, Bruder. Oh, bist du... Du hast mich gerade angebrotten. Was? Du hast mich gerade angebrotten. Ja, aber du bist doch kein Golgantis. Geil. Wie geil ist das denn? Nein, 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 nein. Kannst du mal weggehen? Du bist zu... Oh, Kex. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Ach, du... Hä, wo? Oh, Dicker, warte mal, jetzt ist doch hier erst mal Feierabend. Ach, du Kacke. Hallo, kommt ihr euch mal in Ruhe lassen? Nein, nein, nein. Angeguckt, in die Augen. Nein, Lavo, kein Scheiß, echt? Guck fürs Video, Dennis, aber nicht für deine Suche. Er umkreist mich die ganze Zeit. Du bist doch hier nicht in der Mitte. Was für umkreist? Der Mann, wenn ich wenigstens wüsste, wo Kubito wäre. Nee, nicht so viel Bad, Dicker. Kubito, warte mal, hä? Kannst du... Also, ich bin hier im Horken. Warte, was? Ich hab dich. Was? Wen? Oder? Mich? Na, wer hat... Doch, hier, du, ist der hier. Alter, du mich gefunden hast. Der schlafen Affe hier. Oh, mein Gott. Let's go! Oh, mein Gott, ja, kein Chinese. Bist du das? Bist du das? Ja, das bin ich. Wer ist das? Luga? Ja. Luga? Wo ist dein Kubito, wo das Luga ist? Ich hab da am Berggebecken. Ich dachte, der hat mich gefunden. Ja, ich dachte, ich dachte mir so, einmal war der hinter mir. So, Gernis, dann suche ich mich. War mit, ne? Ja. Wo war das denn mit umgekreisen und so? Wo war das ungefähr? Er meinte, guck mal, er sagt ja hier. Wo ich jetzt gerade bin mit umgekreisen. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Hier. Äh, quasi... Also, ich hab dich wieder gesehen. Also, was soll ich jetzt sagen? Du warst wieder ein Beter von mir entfernt. Bruder, er ist kein Schein. Er hat irgendein... Du bist doch nicht... Na, vielleicht kennst du das Legi nicht. Vielleicht deswegen. Nein, nein, nein. Das sieht man doch, dass ich seh noch voll anders aus. Dieser Trainer. Hier ist der Trainer. Hier ist der Trainer. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie, du bist der Trainer? Ich bin nicht der Trainer. Nein, nein, das ist gut. Du bist der Trainer, Digga. Geil. Geil. Ach du Scheiße. Ich wüsste, wo du bist der Nüsse, aber... Ja, guck mal, da wo du dich versteckt hast. Genau gegenüber, Luger. Du kannst meinen Herzschlag hören. Achso, du mich ja hier... Warte, echt? Nee. Oh, warte, links. In der Luft, ne? Also, nicht so ganz. Ist es auf der Ebene mit dem Trainer? Äh, ja. Hä? Wo willst du denn da sein? Du schwebst ein bisschen, ne? Ach, nee, sag nicht, du bist in einem Baum oder so. Nein, nein. Nein, ich bin in keinem Baum. Ich bin in keinem Baum. Nein, nein, kein Baum. Bruder. Ich krieg langsam Schiss. Achso. Ich krieg langsam Schiss. So, hier, jetzt bin ich auch hier, glaube ich. Hier müsste er sein. Lass mich mal kurz hier umgucken. Also, ich seh euch beide. Ja, das ist mit uns klar. Er macht die Sache. Er hat uns voll verarscht und ist wohl ganz anders. Alter, wieso? Warum findet ihr denn nicht? Ich glaube, ich komme gleich vorbei und helfe euch zu besuchen, Alter. Schick mal Sio einen Screenshot oder so, ja. Ja, oder nicht? Ja, schick mal einen Screenshot, wo du siehst oder so. Oh, der hat dich gefunden. Oh, was? Dennis, komm in dieses Haus. Dennis, komm in dieses Haus. Ich hab den, was hast du? Was ist los? Komm in dieses Haus. Nein, nein, du bist nicht da drin. Komm her, komm her. Nein, du bist nicht da drin. Komm her, komm her. Komm her. Wo bist du denn? Das ist da. LOL. Nee. Oh mein Gott. Alter. Du warst die ganze Zeit da drin. Ja, ich war, nein, ich hab hier einfach den TV angeguckt. Alter, oder? Alter, ich kenne das Legion noch gar nicht, deswegen. Scheiße. Sie haben sich auf irgendeinem Berg am Schilm gerade. Jürgen, ich chill so, ich mach so meine Brotzeit gerade. Ich hab alles da. Nee, ich bin auf jeden Fall in der Nähe von Menschen und, also vielen Menschen und, ja, was soll ich sonst so sagen? Man kann, man kann zu mir hinfliegen, I guess, also, ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man auf der Karte hinfliegen kann. Aber du bist auch gut gereist, sag ich mal, ne? Ja, ja, also, boah, holy shit, bin ich gereist. Und aber auf dem Berg, oder? Ja, doch, schon so in den Bergen, so. Okay. Also, nicht ganz oben drauf, aber so zwischen zwei so vielleicht, ist das, I guess, ja. Kann nicht sein. Ja, hier ist ein bisschen was los auf jeden Fall, deswegen. Also, Dennis, du musst schon gründlicher suchen, wenn du mich finden willst. Ach so, ich war schon richtig, ne? Also, ich hab Dennis gesehen, ich hab Dennis gesehen. Ach so, okay, okay, okay. Joga, Alter. Er läuft einfach, fahr an mir vorbei. Klar, mach ich auch, was ist los mit dir? Doch, du bist an mir vorbeigelaufen. Ich brauche ne Brille. Ja, wirklich, wirklich, ja, das ist crazy. Wo bist du? LOL, Dark Knight! Okay, er wollte, nein, nein, nein. LOL! Ich wollte erst mal mich so hier so hinsetzen, aber dann dachte ich mir so, ja, ich spiel safe, ich bin hinter dem Bildschirm. Ich gucke schon so und denke mir so, hä, wie konnte ich Kubito dann nicht sehen und dann laufe ich so weiter. Du magst das neue Pokémon gar nicht. Doch, doch, ich mag das, aber ich dachte mir so, hä, das ist irgendein Symbol vom Fernseher, komm, dann läufst du mal weiter. Von der Seite, von der Seite.